was geht ab youtube freunde hier ist der face wieder mit einem frischen let's play zu it takes two wieder am start der b2k hi leute und wie ihr wisst haben in der letzten folge dieses riesen krakenmonster fertig gemacht war ein einfacher kampf würde ich sagen aber jetzt kein schwerer boss fight danach haben auch direkt die folge beendet und genau an dieser stelle machen wir jetzt weiter viel spaß mit dem video wir beginnen jetzt der kampf war ja okay oder ich fand den boss kampf richtig einfach oder wir haben zeit gut gemacht ja genau hier haben wir aufgehört kann wahrscheinlich auf diesen dreieck drücken erst mal genau das war ja das wo wir auf dem boot waren damit diesen kanonen geschossen haben also diesen boss fand ich echt einfach irgendwie ich wollte gerade sagen das level design haben die politik so richtig heftig gemacht ich wollte gerade sagen das ist ja alles in dem zimmer von los hier das schloss heisst jetzt rose oder rosie ich vergiss das immer wir hören das wir schon gleich er hat es eben wieder gesagt der russ ist Er sagt Rose und ich glaube, sie hat gerade Rosie gesagt. Mein Charakter ist komisch. Mit der Queen. Ich benutze ihn, um den Blumen zu spüren. Und dann wirst du in den Blumen zu spüren. Und dann wirst du in den Blumen zu spüren. Great. Thank you. Ja, okay. Ja, dann spüren die blumen. So, was wir uns jetzt wieder machen. So, Teamwork Beat, okay. Los. Erstmal Umgebung abchecken. Genau, immer abchecken. Guck mal, hier geht's schon mal Richtung Schloss. Da kann man aber noch nicht hoch. Also müssen wir hier was erfüllen. Guck mal, hier. Ja, hier, hier. Arschbombe. Okay, dann kommt da so eine Kugel. Ah, okay, warte, warte. Warte. Ich glaube, ich hab's. Ne, mach du mal die Arschbombe. Mach du mal die Arschbombe. Ich glaube, ich hab's. Okay, ich dachte. Ja. Warte mal, kann ich dir schneller helfen? Nein. Ah doch, warte. Probier mal, warte. Drück mal, drück mal. Ne. Ne. Ähm. Oder warte mal fehlt. Was geht denn hier? Was passiert? Gar nichts. Gar nichts. Was? Hm. Können wir das auch drehen? Machen wir nochmal die Arschbombe und hilf mir mal dann wieder. Also, ich halt schon mal hier fest. Es kommt. Ah, warte, wir müssen das erst nach links schieben. So, jetzt nach rechts? Ja. Doch. Das war so. Geil. Okay. Das hat gepasst. Der nächste Ball. Ja. Da siehst du, passt. Hat man doch recht gehabt. Hm. Ein bisschen Rätsel hat die. Hm. Eigentlich das gesamte Spiel, ne? Das ist ja so geil. Ganz viel nachdenken. Hier kann ich wieder was machen. Dann geht's hier rüber. Oh, ich muss hier was machen. Warte mal. Guck mal, was da passiert. Ah, mach mal. Ne, ich glaub... Ah. Ja, so musst du bleiben. Die Kugel muss da rein rollen. Und dann läuft's jetzt wieder in die andere Richtung. Dann musst du... Dann musst du kommen. Ja, okay. Ich hab's, ja. Ich hab's, okay. Ich geh schon mal rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob du wieder rüber musst, ne? Irgendwas ist passiert. Ja, du bist jetzt ganz gut, ne? Ja. Okay, wir müssen weiter. Nein! Ich mach ne Arschbombe. Oh Gott, wie schlecht ich bin. Ja, statt Dash hab ich jetzt Arschbombe gemacht. Warte. Ja. Okay. Was geht jetzt hier? Ich kann dich jetzt schießen. Warte doch. Okay, danke. Ich dachte, ich kann das greifen und dann lenken. Der schießt aber. Du musst du lenken? Ja. Okay, warte. Ja, ich lenke. Jetzt. Du lenkst nur die Kanonen in die Richtung. So, jetzt darfst du deinen Charakter nicht mehr lenken. Ich muss jetzt abwarten. Warte. Ja. Jetzt. Okay, aber die Frage ist... Ja, guck, zwei Glühbirne haben wir schon mal aktiviert. Ja, jetzt kommen die nächsten. Spring wieder rein. Nimm erstmal das in der Mitte, genau. Hast du auch die Höhe gemacht? Warte. Jetzt. Na, warte. Ja, sorry, warte. Ja, sorry. Schaffst du? Okay. Okay, wir müssen höher machen. Also wenn du reinspringst... Lass genau so, nicht bewegen, nur nach oben. Nein, rechts und links war ja schon passend. Du hättest nur höher machen müssen. So, jetzt. Ja. Und Feuer. Nee. Nein! Nein! Beweg nicht nach rechts, links. Mach nur noch oben ein bisschen jetzt. Hast du? Ja. Okay, warte. Warte, 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 warte. Jetzt müsste es aber klappen. Oh! Oh! Geil. Wie machen wir das jetzt da rechts? Guck, zwei Glühbchen noch. Ja, du musst so theoretisch um die Kurve fliegen. Ja, okay. Ja, du brauchst... Ja, du brauchst... So FIFA-mäßig müssen wir jetzt machen. Ja, mach mal. Guck, ich glaub du kannst da... Ja, wisst du? Du kannst da in die Kurve fliegen. Geil. Ich hab mit dem Ding aus Norris geschossen. Okay, was ist keine Reaktion. Wir müssen da drauf. Und Kugel. Warum hatten wir als Kinder nicht so ein Zimmer? Ich schwör's dir. Okay, was geht jetzt hier ab? Was machen wir? Oh, nee. Erstmal guck ich jetzt mal hier. Die Kugel rollt da hin. Spring drauf, du musst auf mich drauf springen. Nee, 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 du musst... Auf dich drauf springen? Ja. Wo bist du? Ach, da. Ich hab so'n Einrad. Du musst nach rechts links neigen. Ich muss nach links fahren. Also ich muss nach oben fahren. Nicht geschafft? Was hast du gemacht? Da? Ich kann nur nach links fahren. Ich kann analogs. Ich guck du mal auf meinem Bildschirm. Du musst das... Auf deinem Bildschirm seh ich nicht. Warte mal. Nochmal. Ich kann nur nach... Wie balanciere ich das denn? Ja, ich kann nur nach... Nein, guck, du musst das balancieren. Ich kipp sonst nach vorne. Siehst du? Ich kipp. Ich glaub, du kannst auch nach hinten neigen. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur links und rechts. Okay, warte, mach ich das so. Dann mach ich das so. Ja. Ja. Jetzt. Ja. Okay. Alter, es geht ab. So, die nächste Kugel. Und was kannst du da... Kannst du da machen? Okay. Ich kann hier nichts machen. Du kannst mit R2 machen. Oh. Okay. Okay. Ich muss was machen hier. Warte. Ich glaub, ich muss hier rüber. Einen Moment. Ja. Keinchen richtig Dings... Tonerin hier. Ja, ehrlich. Ah, warte, 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 warte. 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 Guck mal, wie das aussieht. Jetzt. Was soll ich denn... Ja. Ja, ist ja okay. Ey, wie soll ich das denn so holen? Warte, nochmal. Warte, warte, noch nicht werfen. Wirf mal jetzt. Warte, noch nicht. Nein, nein. Ich glaub, jetzt passt das. Ah, ich muss... Okay. Sollen wir mal Zeit gleich einmal Dings machen? Wir müssen... Du musst, ich glaub, auch vorher werfen, während ich schon nach vorne schaukel. Ja. Aber noch nicht jetzt. Das muss erst mal von dem Rhythmus passen. Äh... Kann ich nicht ein bisschen warten? Ja, doch, doch jetzt. Ja, so ist gut. Warte, beim nächsten Mal jetzt. Jetzt muss ich schon Feuer werfen, glaub ich. Oh! Oh mein Gott. Wirfst du mit R2? Mit R2 hast du geworfen, ne? Ja. Ich muss da reinwerfen. Ich glaub, ich muss da reinwerfen, würde ich grad sagen. Hüri! Jawoll. Okay. Geil. Auch das bockt wieder, ne? So, du hast wieder die Kugel. Ich muss das mitnehmen. Ja, ich muss auch rüber. Ich glaub, wir beide müssen mal rüber. Oh Gott. Boah, Alter. Danke. Manche platzen, ne? Nein! Kannst du das mit R2 vielleicht rüberwerfen? Ne, warte. Nein, leider nicht. Schaust du? Ja. Ja. So. Okay. Okay. Okay, beide nach hinten ziehen. Okay. Ah! Der Weg ist frei. Die Brücke. Wir können mit dem Waggon nichts weiter. Wir werden. Danke für deine Hilfe. Ja, vielen Dank. Das ist viel. Lass uns ins Kassel. Okay. Lustig, lustig, lustig. Hier. Aber hier gab's jetzt kein Minispiel, ne? Hm, nein. Hab ich dich gehört und noch nicht gesehen. Und kaum einer spricht die ganze Zeit, weil du so dick bist. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Die Tracks sind Ende! Oh, oh! Ich habe vergessen! Ich habe nie zu Ende gebaut. Ah! Hast du gehört? Ich habe vergessen, dass ich es nie zu Ende gebaut habe. Ja. Kein Sinn. Oh, Gegner? Sie ist da! Ja. Sie müssen hier vorne. Komm! Hast du Gegner gesehen? Oder diese Ritterhals? Sind das jetzt Gegner? So Demons Souls mäßig. Hm. Ne, die machen nichts. Okay. Wir sind hier dann wahrscheinlich herzen angekommen. Habt ihr und Rose all das alles gebaut? Wir haben sicher gemacht. Es ist nicht schlecht, Cody. Nicht schlecht! Ich habe was entdeckt. Hier im Minispiel. Ja. Vogelstar. Auf geht's! Okay. Der Bietigkeit hat wieder keine Chance. Und drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. Okay. Drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. Alles klar. Mein Bieter ist besser als dein Bieter. Na, mein Bieter ist kleiner. Jetzt bin ich mal gespannt. Hm. Allerdings die Tasten stehen da ja. Ja. Und du musst das in diesem Kreis treffen. Genau mein Ding. Gut gemacht, Fuddy! Hm. 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 Oh. Ich bin durch... Hm. Ich hab perfekt gemacht. Alter. Nochmal. Einmal noch. 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 68 Punkte. Ja. Weißt du. Am Anfang fand ich dich echt stärker. Die Tänken muss sagen. Die ersten Minispiele. Da hast du mich echt abgezogen. Beim Tau ziehen. Weißt du noch? Überaus krass. Hm. Hm. Okay. Dum 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 dum. Das war angenehm. Einmal mit dem Takt. Please. Pfff. Yeah. Ja. Warum krieg ich die ganze Zeit keine Punkte? Das ist richtig. Ich krieg die ganze Zeit keine Punkte? Warum? Warum? Ja. Haha. Wollen wir uns mit Falle auf den da einzeln? Was ist das denn, Mann? Hm. 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 Danke. Okay. Ich hab gewonnen, würde ich sagen. Danke, Face. Danke, Face. Kein Problem. Kein Problem. Oh, ich geh mit. ich möchte ich möchte dich gerne bei dem letztes Jahr noch lebend haben ist das möglich oder verlässt du dich demnächst was passiert hier jetzt du bist du schwer sag jetzt nicht wir gucken uns jetzt einfach das schloss ich glaube das ist einfach nur so zum gucken ich glaube hier passiert nichts auf pfeifen nein ich glaube das ist nichts da ist so das schloss warte 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 hier wir müssen das tor kaputt machen du musst richtung links da lenken richtung tor vom schloss ja geht mir du musst das bisschen raus verlassen länger seil längerer weg ich könnte bitte noch länger geht nicht das ist die grenze du siehst doch bei meinem bildschirm das auch es geht nicht länger ach so du kannst mit dem kran jetzt nicht weiter nach rechts lasst mal schwingen ganz nach unten ja 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 geht nicht weiter so ok und jetzt so ist ich glaube ich da drauf ja nach hinten erst mal jetzt da vorne die ganze Zeit so ja ja und oh oh hauptsache bleistift hält das zu ehrlich jetzt ja hast du dich gesehen ja ja warte 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 ja ja wir sind nur hier um den elefant zu sehen ja mhm ok ok 3 sterne sogar ok ich hab's gebraucht Aber ich glaube, du baust sowas und dann wirst du wirklich so richtig klein und dann bewegst du dich in diesem Gebauten. Hey, überleg mal. Und erlebst alles in so einer anderen Größe, was du gebaut hast. Ich würde eine Carrera-Bahn klein wollen, würden, worden, wilden, wilden. Ich würde mir so ein ganzes Spiel bauen. Also mein Traumspiel würde ich bauen, da drinnen dann leben. Fanti, elefanti. Dr. Haki. Okay, so the thing with the letter is, it's kind of complex. Aha, exactly. Because there is a letter. K.A. is closed. Bring them in. Alter, das Spiel ist so komisch. Boah, trink mal lieber was. Also wenn du dich jetzt so starken husten lässt und sowas, dann trink mal was. Wie heißt das Spiel nochmal, wo man so als Brüder aus dem Gefängnis aussprechen muss? Wie hieß das nochmal? A Way Out oder so? Ja, genau. Ist das jetzt sowas ähnliches? Aber guck mal, wir beide sind jetzt sozusagen im Gefängnis. Und müssen jetzt irgendwie... Du weißt schon, dass die A Way Out-Macher, dass das die sind, ne? Du verarschst mich gerade. Faye, ist dein Ernst? Ah, doch, natürlich weiß ich das. Das war doch am Anfang sogar... Da war doch so ein Easter Egg, oder nicht? Doch, ganz am Anfang war das was. Ja, richtig. Ja, doch, mit The Way Out, genau. Du hast gemeint, das sind die Charaktere davon oder so. Genau. Ja, okay. Jetzt ergibt natürlich Sinn, weil ich wollte gerade sagen, Follow The Way Out-mäßig. Oh, ich sollte wirklich die Beine auskippen. Komm, komm, schnell! Ich kann nicht! Du hast dich gepupst, ne? Oder du hörst dich gar nicht gut an. Gar nicht. Nicht sehr gut. Leider nicht. Oh nein, wird das jetzt sowas wie mit Schleichen und sowas sein? Oh Gott. Kann sein. Guck mal, wir beide. Oh mein Gott. Was sollen die Wachen machen, ey? Richtig Playmobil-Figur. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, die können ja nicht großartig gefährlich werden. Ah, wir haben wieder neue Fähigkeiten. Hey, haben wir neue Fähigkeiten. Boah. Boah. Boah, du musst zum Flammenstern. Titan von Destiny. Ehrlich, lass mal tauschen. Auf gar keinen Fall. Ich will so ein Schwert spielen, man. Boah, wie geil. Ach, geil. Oh mein Gott. Diablo. So was Diablo jetzt sein. Guck, mit Schadenszahlen. Ey, ich hab unten Skills richtig, ne? Oh mein Gott. Ich auch. Guck mal, du hast richtig Skills. Fiek. Kreis. Boah. Ey. Ich hab sogar Mana. Also so Energie, womit ich meine... Ach, Dreieck ist die Spezialfähigkeit. Siehst du das? Ich glaub, wenn Blau voll ist, kannst du Dreieck machen Spezialfähigkeit. Ey, ist das nicht mal geil, was ist das denn? Alter. Oder wollt ihr uns darauf aufziehen, Diablo zu holen? Das ist ja mal richtig so Diablo-Stein, ne? Aber geil. Also coole Idee. Okay, komm. Lass uns auch unsere Dings aufladen kurz hier. Schlag mal nicht zu. Also vier kann ich immer nutzen. Viek hat bei mir keine Abklingzeit. Ja, ich bei mir auch nicht. Das ist die normale Attacke. Kreis hat eine Abklingzeit. X auch. Aber vier nicht. Okay, ich hab meine Spezialattacke. Ey, geil, Mann. Teleportieren. Ah, nur ich kann teleportieren. Entschuldigung. Mach mal die Kronen kaputt, genau. Was heißt denn Dreieck? Oh, nein! Das ist ja eine Spezialfähigkeit. Flitzen, das musst du jetzt machen. Ja, Kollege. Gefrierangriff. Ah, guck mal. Komm mal hier hin. Druck mal auf den Schalter. Genau. Guck. Ich hab gar nichts gedrückt. Das hast du gemacht. Dieser gelbe Schalter hier. Nein. Ah, doch. Wenn du draufsetzt, kommt der so Feuer hoch. Okay. Die machen meine Spezialattacke. Okay, Kamiamiha. Ja, das ist geil. Ey, das haben wir mal richtig geil gemacht. So. Hm. Ich weiß gar nicht. Hast du so eine Attacke? Ah, ich kann mich ja teleportieren mit X. Genau. Ja. Dann musst du auf den Button da drücken. Oh, oh, oh. Warte, die schießen da. Geh rüber. Geh. Du musst jetzt hier auch kämpfen. Äh, du musst jetzt irgendwas für mich machen. Hast du da einen Schalter? Nee, da kannst du ja nicht rüber. Das ist ja für mich. Ich kann ja nur diese Gefriergeschichten machen. Ja, aber wie kommst du dann rüber? Ja, dann... Ach so. Äh, mach nochmal dieses Ding. Du kannst bestimmt irgendwas machen. Ja, geh rüber. Wie bist du... Ach so, Flitzen hast du gemacht, ne? Ja. Okay, guck, ich kann dann jetzt wahrscheinlich hier... Äh, mit welcher Attacke nochmal? Egal, Mann. Sag mal ehrlich, die haben das doch echt geil gewonnen. Das haben wir echt geil gewonnen. Ich hätte echt auch Bock auf so einen Spiel, ne? Ja, die haben doch auch so. Ja, ich hätte Bock auf so einen Spiel mal so zusammen. Okay, dem ist jetzt mal eine super Attacke. Oh, genau, dann geht der weg. Oh, ich werde von... Kannst du flitzen und dahin? Ich muss erst mal dich hier töten. Nein. Guck mal, wo ich hinflitze. Du musst auf den Lidern Strahl achten, ne? Da fliegen auch diese Attacken hin. Weil ich kann jetzt hier nicht rüber. Okay, wir sind jetzt bei mir. Oh, komm. Okay, ich gehe rüber. Na so. Boah, nochmal Gegner. Bei dir auch. Ich habe meine Spezialattacke. Boah, ich muss gleich bauen. So. Ich habe meine Spezialattacke. Die mache ich jetzt gleich. Bei dem Lungs-Test noch nicht. Bei dem Lungs-Test nicht. Ah, hier aber. Oder? Sehr gut. Ich habe mich eigentlich aber auch nicht. Ah, da. Pass auf, drüben. Okay. Ja. Oh. Oh. Oh, richtig. Freeze. Richtig. 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 Ja, ehrlich. Du hast auch deine Spezialattacke gleich. Ja. Oh mein Gott. Pass auf. Ah. Ich kann mich ja teleportieren, oder nicht? Ja. Ah doch, kann ich wirklich. Okay, die Gegner sind down. Ich will alle töten. Ich auch. Da kriegen wir ja Level ab. Also, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Null. Dass sowas jetzt kommt. Können wir mal kurz gucken, was oben in dem Raum ist? Ja. Da ist ja noch so ein Raum. Ist das so ein geheimer Raum? Warte. Nein, nein. Rechts, rechts. Hier. Guck. Ach so, da sind diese, äh... Ah. Da ist ja einer hier. Da sind diese Dummies. So. So, 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 so. Komm, 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 komm. Fass mich jetzt. Oh, oh. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Aber wo lande ich jetzt? Okay. Ah, hier links, hier links. Der ist down, der ist down. Du brauchst nicht hier rüber gehen. Okay. Du musst jetzt direkt mitkommen, ne? Weil ich friere jetzt alles ein. Pass auf, wegen der Falle. Oh mein Gott, komm, 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 komm. Na, ich hab's nicht geschafft. Ist schon anspruchsvoller, dieses Level, finde ich. Ja. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Thronisch verstellt. Oh, die schmerzt so geil aus. Ja, übelst. So. Ich glaube, beide Schalter drauf. Oh Gott. Oh. Oh. Oh mein Gott. Chuck the Murderball. Oh. Ach, die Tür kaputt. Okay. Was geht? Schnell, 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 schnell. Ich geh rüber, ich geh rüber, ich geh rüber. Ich geh rüber. Komm, komm, komm. Okay, warum haben wir das so heftig gemacht, ey. Komm, schnell, ich mach's kaputt. Okay. Mach die Dinger kaputt. Oh mein Gott. Geil. Boah, wie krass das war. Geil gemacht. Also anspruchsvolles Level bis jetzt. Hast du gesehen? Daumen hoch. Man kann die Regale auch kaputt machen, aber ich weiß nicht, was das bringt. Auf jeden Fall, äh, EP-mäßig, damit du deinen Spezialangriff vorladen kannst. Oh, ich hab da immer eine Spezialattacke. Nein, ich zieh ihm nichts ab. Ich zieh ihm nichts ab. Äh, wir ziehen ihm nichts ab. Wir müssen... Muss er gegen diese Dinger laufen? Von hinten vielleicht? Nee, das bringt nichts. Hier, gegen diese Fackel. Ja. Guck es aus. Nein, da kommen nur diese kleinen Gegner. Ja, das ganze Feuer muss erloschen sein. Hier oben rechts und unten, äh, oben links. Okay. Nein, nein, du, du lachst noch nicht weg. Du musst bis zum letzten Moment warten. Boah. Ja. Faze, pass auf. Ja. Pass auf, die Felgen auch. Felgen. Felgen? Was? Was für Felgen? Er muss jetzt in die Mitte locken, in die Mitte locken, in die Mitte locken. Ja, 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 ja. Das war meine Spezialattacke. Okay, start. Jetzt greifen wir an, seine Hände, seine Hände. Jawoll. Seine Felgen. Felgen. Ja, unser Autofreak-B2K. Oh nein, ich kann kein Schach, bitte nicht. Wir können nicht mehr Zeit haben. Wir können nicht mehr Zeit haben. Boah, Schwert. Guck mal, das Schwert hat. Ja, das Schwert sieht echt heftig aus, Mann. Das sieht echt geil aus. Oh nein, jetzt, Wotts. Oh Gott. Krass, die ganze Zeit hat er jetzt Bosskämpfe. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja. Das ist cool für mich. Ehe. Oh. König und Königin. Okay, einfach angreifen, würde ich sagen. Oh, oh. Königin anfangen, der Königin. Ja. Genau. Und die kleinen wären. Töte diese kleinen Figuren, genau. Ich habe eine Spezialattacke. Nein. Boah, tausend Gegner. Oh, diese schwarzen Felder darfst natürlich dann nicht berühren, ne? Diese ganzen hier, diese Figuren hier. Wir haben schon ordentlich Leben abgezogen. Oh, oh, Flamme. Flamme, vorsichtig. Oh, der gehen Felder weg. Okay, man zieht man Attack jetzt wieder nichts ab. Das Lied auch noch dazu. Einfach draufhauen, oder? Ich glaube, da braucht man gar nicht so groß nach. Ja, einfach nicht. Ich glaube, ich achte schon drauf, aber ich meine jetzt. Ich habe jetzt mehr Taktik gedacht. Ich glaube, wir haben beide da. Geil. Krass, die haben ja aus diesem Level so ein richtiges Rollenspiel gemacht. Schwerst du dir? So mit Lebensanzeige, Fähigkeiten. Aber das ist, aber das 1 zu 1 Diablo-Style-mäßig. Ja. Also das Design jetzt nicht, aber ich meine, das Spielprinzip ist Diablo. Das meinst du. Ja, auch die Vogelperspektive und so. Genau so ist das. There you go. See? I know what I'm doing. Äh, okay. Oh, schade. Okay, unsere Fähigkeiten sind weg. Hm, interessant. Hat mir gefallen. Was denn mit dem Elefanten, Mann? Das ist die Königin oder die Oberhäuptin oder wie auch immer. Guck mal, diese Musik-Taste auf den Bauch. Jo. Fahnt, wie die Elefant. Meiner, Mann. Codium, Mann. Codium, Mann. We don't want to kill you. We just kind of have to. It's a little bit. Oh, but I cutie the loving Elefant. I love Rose. And Rose loves me. Ja, Rose. Nicht Rosie. Rose. Das Spiel nimmt sich einfach selbst nicht ernst, ne? Das merkt man jeweils. Escape Shuttle. Ja, ist klar. Oh, no, Mei, look, she's getting away, quick, just do something. Hold on a second. Okay. 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 Der macht jetzt. Ich muss ein bisschen wieder umschauen, ne? Oh, nein. Was denn? Kran. Ah. Ja. Warte mal, komm, muss man dann hier eine Arschbombe machen? Wollen wir mal testen? Nee. Ja. Oh, Gott. Wer lenkt, wer lenkt, wer macht die Arschbombe? Ja, ich lenke. Du musst wahrscheinlich den Weg so ein bisschen kreuzieren. Ja. Also nicht direkt über der Elefant, sondern... Jetzt. Achso, nein. Jetzt so. Ah, egal. Guck, siehst du? Du musst sozusagen das so machen, wo sie auch lang geht, dass du ein bisschen davor schon musst. So den Weg schneiden quasi. Guck, jetzt wieder links. Wir lassen hier. Meinst du, dir geht der wieder lang? Ja. Wann soll ich das machen? Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Das ist doch so früh, oder nicht? Okay, jetzt. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Hallo. Na ja, wir sind aber schon gemein. Tschüss. Wir haben nichts getan. Ja. Oh. Guck mal, das meine ich mit gemein. Alter, Schede. So ein Baby noch, ey. Die Musik. Ja, was ist das für eine Musik? Was? Alter, wir sind voll die Assis, ne? Okay, wo hältst du dich denn fest, ey? Ohne Fuß. Ich glaube, der Elefant braucht eine Therapie danach. Ja, wir müssen ziehen, 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 ziehen. Guck mal, jetzt geht sogar das Ohr ab. Wetten? Alter, wie brutal. Guck mal. Guck mal. Okay. Äh, gell? Ab hier, die Stelle ab 18 markieren. Oh, mein Schatz. Das König der Löwen-Style. Lang lebe der König. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Mufasa. Ich bin Scar. Lang lebe der König. Guck mal, das passt so. Okay. Ach, deswegen, um ein Zeichen zu setzen. Also, das... Ach so. Also, brutal bleibt es trotzdem. Aber, ne? Ja. Oh. Oh. Ach, das ist das Schloss. Da ist das ganze Geschehen drinne gewesen. Ja, ich vergesse manchmal, dass wir übelst klein sind, ne? Das, was für uns übelst groß ist, ist ja einfach nur in ihrem Zimmer oder keine Ahnung wo. Und wir haben da übelste Fähigkeiten, Ritter, irgendwelche Gegner. Ah, stimmt, wir brauchen ihre Träne. Nein, das war geschätzt. Denkst du ernsthaft, dass... Wenn Rosie weint, dass... Dass die wieder echt werden? Hä, ist das nicht so? Das ist doch die ganze Zeit unser Ziel. Doch. Unser Ziel ist doch, dass der Trainer auf uns draufkommt. Damit er wieder... Dieser Book of Love ist doch das Ziel, dass die sich verstehen, damit sie glücklich wird. Damit die Spielzeuge sehen, okay, das Pärchen kommt wieder zusammenmäßig. Ach, er kann uns wieder zurückverwandeln? Ja. Das hat mit der Träne jetzt... Ich dachte wirklich, das hat... Nein. Es geht doch die ganze Zeit schon um das Spiel, dass sie die nicht zum Wein bringen sollen. Und die sind der Meinung, doch, wenn sie wieder weint, verwandeln sie nicht zurück. Ah, okay, ja. Ja, ja, okay. Die haben den größten Fehler gemacht, die Puppe auseinandergenommen. Ich bin so wie das. Nein. Nein. Nein, das kann nicht sein. Die Träne sollten die... Was ist das? Nein. 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 Ich glaube, das ist eine Liede von Rose. Ich glaube, das ist eine Liede von Rose. Hör, liebe Mutter und Vater. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Was? Ich weiß, wie alles gut machen. Alles, was du musst tun, ist... Ich glaube, das ist es. Das ist die Antwort. Geh, wie wir die Schläge haben? Alles, was du musst tun, ist... Woa! Ah, nicht so schnell! Hey, gib das zurück! Das ist unsere Liede! Du bist nicht bereit für eine Rage. Schlaf, ne? Ja. Ja, der spielt das vor. Er will noch nicht mal, dass er das vorliest. Verstehst du, ich meine? Er will das Spiel halt mit uns weiterspielen. Er will erstens von uns vertragen. Sozusagen. Ja, guck, er will echt, dass wir uns verstehen. Das macht er immer so in Spielform. Dass wir lernen, zusammenzuarbeiten und so. Mit der Schöne gehen. Oh, wir gehen. Ach, die Schöne! Das ist der Schöne! Nein, das ist die Schöne! Jetzt ist nein, Herr. Segen. Wir gehen! Verstehen! Oh, das ist Doktor Hakim's Therapie! Oh, das ist ein Typ. Dann... Perfere für das Rollercoaster-Ride- ...o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Give-nos eine... Hast du gesehen wie er sich aufkriegt in dieser Handbewegung? Was Passing Age Future? Okay, weißt du was? Wir eigentlich nicht. Ja, weil sie nie zu Hause ist. Entschuldigung? Ich arbeite für beide. Ich kann nicht in zwei Bereichen sein, ob ich? Oh, wenn du mich selbst klonieren möchtest? Klonieren? Oh, bitte nicht. Du denkst, dass Zeit nicht gewiss ist? Das ist schrecklich. Du hast keinen Sinn von Zeit. Aha, klonieren und kein Sinn von Zeit. Good Insights! We're making progress already! Great! Get ready! Okay, jetzt müssen wir so verschiedene Aspekte unserer Ehe nachspielen. Also jetzt in dem Fall, was wir jetzt erst erwähnt haben, dann so nach und nach dieser Therapiesitzung dann bestehen oder was? Das stimmt. Schon wieder neue Fähigkeiten. Interessant. Krass. Ah, okay. Du kannst nicht klonieren, ich kann die Zeit kontrollieren. Krass. Oh, da bin ich gespannt, wie da was davon zukommt. Aber... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das stimmt. Aber wie du siehst, du bist auf parallelen Tracks, nicht zu uns. Du musst diese Tracks folgen und wiederholen. Warte, dass du das nicht wirst. Wenn du das erfolgreichst, wirst du deinen Bärchen der Lieder gewonnen werden. Einen Teil des Briefes kriegen wir dann von vier. Vier Teile brauchen wir. Ja. So, so spannend das aber jetzt auch ist, muss ich leider hier verkünden, dass die Folge erst mal zu Ende ist. Das passt jetzt aber. Jetzt haben wir uns das Ganze einmal angeguckt. Und bevor wir jetzt das neue Level mit den neuen Fähigkeiten... Ich bin sehr gespannt. Also ich kann die Zeit kontrollieren und der B2K kann sich klonen. Das hört sich auf jeden Fall noch Spaß an und das werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge angucken. Ich bin gespannt, was für ein Level auf uns zukommt, wie schwer das sein wird. Hat wieder richtig Laune gemacht. Mit dem Schloss war geil, so Diablo-Design, so Rollenspielartig. Damit habe ich null gerechnet. Ja, das war echt geil. Das war heftig. Das hat mir gefallen. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe ihr auch. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr definitiv die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao. ... Untertitelung des ZDF, 2020